Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tageshoroskop am 28. November 2018 Vor ich starte, möchte ich meine neue Angebote nochmal ankündigen. Einmal, ich biete WhatsApp-Beratungen an für 10 Euro. Meine Nummer befindet sich unten in Infobox. Ich biete auch Handlesen an als WhatsApp-Beratung, auch für 10 Euro. Dazu benötige ich zwei Bilder. Einmal von linker Hand, einmal von rechter Hand. Falls ihr Linkshändler seid, schreibt dazu, weil dann muss ich das Andere deuten. Schreibt auch die Geburtsdatum dazu. Mein zweites Angebot ist eine Videoberatung, selbstverständlich anonym. Und diese Videoberatung beinhaltet eine Geburtshoroskop-Analyse und dazu noch ein Jahreshoroskop für Jahr 2019 für 25 Euro. Das könnt ihr buchen. Die Angebot gilt bis 31. Dezember 2018. Entweder für euch selbst oder beschenkt ihr jemand, aber dann schreibt dazu, dass das Geschenk ist, weil dann gestalte ich die Aufnahmen anderes, beschriftigt dann auch anderes. Ihr dürft auch wählen, wünscht ihr das nach westlichen Astrologie, wünscht ihr das nach indischen Astrologie oder wünscht ihr das nach chinesischen Astrologie. Ihr dürft jetzt schon buchen per E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Und jetzt zu dem heutigen Tageshoroskop. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anderes. Sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine andere Berechnung. Also nicht wundern, wenn ich hier erzähle, wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten, dass das anderes ist als in westlichen Astrologie. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichnen Skorpion. Die Tierkreiszeichnen Skorpion gehört zum Wasserelement und ich setze Sonne zum Wasserelement. Hier sind die vier Elemente. Feuerelement, Erde-Element, Luft-Element und Wasserelement. Feuerelement ist die Begeisterung, die Leidenschaft, die Mut und die Kraft, etwas in Bewegung zu setzen. Erde-Element zeigt die Realität, die Bodenständigkeit, die Finanzen, die berufliche Situation und gibt uns das Gefühl, einen festen Boden unter unseren Füßen zu haben. Die Luft-Element befreit uns von allem, was uns bedrückt, dass wir aufatmen können und damit kommen wir zum Leidigkeit. Die Wasserelement zeigt unserem Unbewussten, unserem Träumen, unserem Sehnsüchten, unseren Wünschen und auch unseren Gefühlen. Und hier im Wasserelement befindet sich die Sonne, also in Tierkreiszeichnen Skorpion. Das bedeutet, bei Sonnenaufgang steigt die Tierkreiszeichnen Skorpion in Osthorizont auf. Und das zieht den ganzen Zug. Ich vergleiche das mit einem Zug. Das ist die Lokomotive und zieht alles hoch. Und das vertritt diesen Monat die Tierkreiszeichnen Skorpion, zeigt die Richtung, führt. In diesem Monat führt die Skorpion. Dann kommt nächster Monat die Schütze. Mond befindet sich in Tierkreiszeichnen Krebs. Die Tierkreiszeichnen Krebs gehört auch zum Wasserelement. Und Mond fühlt sich sehr wohl im Krebs, weil Mond herrscht über die Tierkreiszeichnen Krebs. Und heute nehmen wir den Tag ganz feinfühlig mit Gefühlen wahr. Sonne, Mond, beide im Wasserelement, Mond sogar im Krebs. Das ist ein guter Tag zum Empfängnis. Mars befindet sich in der Tierkreiszeichnen Wassermann. Und die Tierkreiszeichnen Wassermann gehört zum Luftelement. Ich setze Mars zum Luftelement. Merkur ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, dass wir nicht trauen, etwas zu sagen. Wir verschlucken gerade die Worte. Bedeutet aber auch, dass etwas bremst, was die Handlungen betrifft, die Verträge betrifft, die Termine betrifft. Diese Rückläufigkeit bedeutet karmischen Themen. Bei Merkur-Energie auch altes Wissen. Aber nicht nur das, sondern auch ein Hinweis, jemand kehrt zurück von Vergangenheit und wir erhalten eine Nachricht. Merkur befindet sich in der Tierkreiszeichnen Skorpion. Ich setze Merkur zum Wasserelement. Jupiter befindet sich auch in der Tierkreiszeichnen Skorpion. Ich setze Jupiter zum Wasserelement direkt zu Merkur, weil sie beiden stehen in einer Konjunktion. Das heißt, Merkur und Jupiter wirken zusammen. Bei Jupiter handelt es sich oft um eine rechtliche Lage. Und bei dieser Rückläufigkeit von Merkur kann bedeuten, es handelt sich um alte Themen. Kann auch bedeuten, dass diese rechtliche Lage sehr zäh ist und geht nichts voran. Jupiter vermehrt etwas. Also das kann auch Terminen, Verträgen bedeuten, Investitionen, etwas zu vergrößern, etwas zu vermehren. Und die Chancenmöglichkeiten sind da. Das ist die Jupiter-Energie. Aber bei dieser Rückläufigkeit von Merkur sollen wir betrachten, handelt es sich um neue Verträgen, handelt es sich um neue Kontakten, dann zeigt diese Rückläufigkeit von Merkur zum Verlust. Wenn aber diese Verträgen oder diese Kontakten alt sind oder jemand kehrt zurück, eine Erneuerung da ist, das heißt, alten Themen, alten Kontakten, wieder ein Neuanfang zum Starten, dann zeigt Jupiter dabei Glück und die Rückläufigkeit von Merkur zeigt Vergangenheit, alten Kontakten. Dann kann man ganz ruhig diese Termine wahrnehmen, diese Verträgen auch unterschreiben. Venus befindet sich in Tierkreiszeichnen-Vage und die Tierkreiszeichnen-Vage gehört zum Luftelement. Ich setze Venus zum Luftelement. Mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten und Saturn erdet. Deswegen setze ich Saturn hier in die Mitte. Diese persönlichen Planeten beeinflussen unseren Alltag. Die Wasserelemente sind sehr betont, vor allem die beiden Lichter Sonne und Mond wirken auch von Wasserelement. Und das heißt, die Gefühle sind sehr wichtig. Die Gefühle in Ausdruck zu bringen oder nach Gefühl handeln. Die Intuition vertrauen. Die beiden Liebesplaneten, Mars und Venus, befinden sich in Luftelement und das wirkt in die Liebe. Wir brauchen die Luft in die Liebe. ein gewisser Freiraum und Leichtigkeit oder etwas mit spielerischer Art und Weise betrachten. Die beiden Elemente sind betont. Wir brauchen aber die Ausgleich. Wieso kommen wir im inneren Gleichgewicht? Wir sollen ausgleichen und das ist die Feuerelement und die Erde-Element. All das, was uns begeistert, aktiv zu sein, das in Bewegung setzen, umsetzen im Tat, in Realität. Dann haben wir ein gutes Gefühl, die Lebensfreude, die Begeisterung und auch dieses Gefühl, Sicherheit, Stabilität, es klappt auch und dann haben wir die Balance. Mond befindet sich in Tierkreis zeichnen Krebs in einem Lebensbereich, was Ausland betrifft. Und das kann bedeuten, die Interesse nach Reisen oder Kontakte im Ausland. Diese Reise kann auch eine inneren Reise sein, besonders hier bei Wasserelement. Hier bei Tierkreis zeichnen Krebs befindet sich die aufsteigende Mondknoten. Das ist eine karmische Knoten, zeigt die Suche nach etwas. Die Suche unserem Platz im Leben oder die Suche nach einer Aufgabe oder die Selbstfindung und das Besondere bei Krebsgeborenen. Aber die Tierkreis zeichnen Steinbockgeborenen fühlen das auch. Die Richtung, was auch Mond, aber auch die Mondknoten zeigt, ist Richtung Ausland. Eine große Reise. Aber wie ich schon sagte, das kann auch eine inneren Reise sein. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes. Die heutige Mondhaus heißt Ashle-Sha. Übersetzt heißt es von Sanskrit Schlange oder Umarmen, Umklammern. Es ist Schlangenenergie. Ich könnte sagen, das ist die Kundalini-Energie, das ist die Wandlung. Wenn wir über Schlangenenergie reden, haben wir immer zwei Schlangen. Die eine zieht alles nach unten und das ist die Angst, die Zweifel oder das Schuldgefühl, wenn es um Gefühle handelt oder wenn es um Einflüsse von außen handelt, dann ist das Lüge, Betrug, also etwas, was uns zurückwirft. Und diese Energie und erstes Mal diese Energie, was in uns auch steckt, Angst und Zweifel und das Schuldgefühl erst mal loslassen, von dieser Schlangenenergie befreien. Wenn diese Schlangenenergie von außen kommt als Lüge oder Betrug, das auch sehen und erkennen und Abstand gewinnen, aus dem Weg zu gehen, dann befinden wir in einer Wandlung. Und wenn wir das erkennen, dann wirkt die zweite Schlange und das ist wunderbar, weil das ist die Heilung. Diese Energie ist Heilenergie und die Energie steigt alles nach oben. Das ist wie eine Art Befreiung. Dann kommt die Begeisterung, die Lebensfreude, die Liebe, die Dankbarkeit und wir können auch befreit sein. Das ist die Heilung, das ist die Befreiung und das zeigt hier dieses Mondhaus im heutigen Tag. Außer diesem persönlichen Planeten haben wir auch die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. Uranus ist rückläufig, zeigt auch Vergangenheit an, ist im Tierkreis zeichnen wieder, bringt Umbrüche, Veränderungen zur Zeit in beruflichen Situationen. Neptun ist im Tierkreis zeichnen Wassermann und es gehört zum Luftelement, ich setze Neptun zum Luftelement und Pluto zeigt uns die inneren Kraft und die Konzentration, diese Energie, was die Leben erhalten bleibt, die Wandlung. Und diese Macht besitzt Pluto und wirkt in Tierkreis zeichnen Schütze. Uranus hat einen Einfluss auf beiden Mondknoten. Uranus aktiviert die absteigenden Mondknoten, das ist die alte Karma in Tierkreis zeichnen Steinbock und auch die aufsteigende Mondknoten oder Drachenkopf in Tierkreis zeichnen Krebs, das ist die neue Richtung, die Suche nach unserem Platz, nach unserer Aufgabe oder die Selbstfindung befindet sich in Tierkreis zeichnen Krebs Richtung Ausland. Saturn belehrt uns und das Thema ist Werte, Selbstwertgefühl, auch diese Werte zu verlangen von anderen, diese Wertschätzung, aber auch die Finanzen. Energetisch hängt das sogar zusammen. Was noch wichtig ist, genau, Venus, die Liebesplanet steht in Schattenseite gerade und das heißt eine geheime Liebe oder die Liebe ist sehr geheimnisvoll, karmische Begegnungen und für die Damen bedeutet das auch befreit zu sein, die Weiblichkeit zeigen, in Ausdruck zu bringen, raus aus der Schattenseite und mehr ins Licht sichtbar machen. und das ist auch eine Wandlung, auch eine Veränderung. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt euren Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern, verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Ohrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten. Passt auf euren Persönlichkeit, passt auf euren Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus ein Ritual Kerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sterne soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weibliche Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein, passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nützen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail Adresse ist blitzberatung at dendera susanna medici punkt com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist dendera susanna medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Info Video. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt was sagt mir diese Krankheit aus und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern verbessern unserem Leben und genau diese Sprache was unserem Körper zeigt sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit was will diese Krankheit mir sagen E-Mail Adresse ist blitzberatung at dendera susanna medici .com Das hat mit Beratungen nichts zu tun Diese Video ist kostenlos und führt euch bitte zu nichts verpflichtet Ich bedanke mich voraus für die Interesse Ich bedanke mich für das Anschauen Mein Name ist Dendera Susanna Medici Dendera 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 Vielen Dank.